Ja, ja, was da los, hier ist wieder der Bendy und der Haubner von den 2 Epic Pallies zu einem neuen Battle 1 gegen 1. Wir sind wieder in Black Ops 3 am Start und wir haben heute eine besondere Map. Ich zeige das mal ganz kurz. Battle geht noch nicht los. Wir haben hier Nuketown in Deutschland quasi am Start. Ihr seht hier, wie das Ganze aussieht. Kernstadt soll das Ganze heißen und ist der Aufbau von Nuketown sieht er auf jeden Fall mega fresh aus. Und ich würde sagen, Haubner, wir duellieren sich hier und geben uns ein fettes Battle. Wir haben jetzt beide die AK-74U und ich würde sagen, Haubner, bist du bereit für das Battle? Ja, auf jeden Fall. Let's go, soll mal gucken. Also die Map sieht schon richtig nice aus, wie der Kollege hier das designt hat. Oh ja. Ich vermute mal, ich habe keine Ahnung, wo du bist, Mann. Was sage ich hier überhaupt? Also, wir wissen ja, wie Nuketown funktioniert. Ich glaube, das ist nicht allzu schwer. Oh ja, Mann. Yes, Mann. Ich habe es mir gedacht, dass du oben bist. Ey, wie lange wir schon kein Black Ops 3 mehr gezockt haben. Mir ist auch gerade eingefallen, man kann rumjumpen in dem Spiel. Oh, was? Wie ein Rumpling gibt es ja auch. Wie schnell du mich geholt hast auf einmal. Zwei Schüsse, ich bin down. Alles klar. Ja. Finde ich jetzt ein bisschen unfair, aber gut. Weißt du, ich habe es ja gar nicht. Ja, wir spielen das Oldschool. Ich auch. Ich bin am Anfang, am Anfang genau, am Anfang auch gar nicht rumgejumped, Mann. Ey, du da im Head glitch sitzt, du Pussy, Mann. Ja. Geht schon wieder los, Mann. Black Ops 2 damals. Ja, Mann. So. Was? Ich habe keine Ahnung, wo du bist, Mann. Hä? Surprise, motherfucker. Du warst bei mir nicht immer angezeigt, alles klar. Hey, was ist das für ein Glitch-Spot, Leute? Habt ihr das gesehen? Ich schwöre, du warst bei mir nicht mal zu sehen, aber du bist, ich habe das in der Killcamp gesehen, du bist vor mir gestanden, what? Hey, warte, warte, du kannst es nochmal probieren. Kannst du rück rüberkommen? Aber kümm mich nicht, ob das wirklich ein Glitch-Spot ist. Ich schwöre auf alles. Bei mir warst du nicht zu sehen. Du warst einfach ein Plane. Siehst du mich? Ich seh dich ganz normal. Alles klar. Das war... Ich schwöre, von mir war nichts zu sehen. Ich geh wieder rüber auf deine Seite. Ja, ich bin drüben. Okay. Weiter geht's. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo du bist, Mann. Ähm. Ähm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist so. Das geht bei der normalen Black Ops 3 Map nicht, ey. Ja, Mann. Den habe ich nicht gerechnet. So, wo spawn ich jetzt? Gibt ja auch ein paar neue Räume gefüllt, irgendwie. Ja. So, ich habe echt keine Ahnung, wo du gespawnt bist. Oder wann du gespawnt bist. Oder was auch immer. Ähm. Hab ich dich gerade hier gesehen? Ey. Boah, ich habe auch ein Aim wie eine Kugel im Scheiß, Leute. Was? Der gebe schnell, du mich immer droppst. Ich werde dich mal wieder mit zwei Kugeln downen. Guck mal. Alles klar. Ja, moin. Ja, aber alleine das Aim, Mann. What the fuck? Okay. Nein. Wo bleibt der Wallbang, Mann? Ey, man kommt auch aus diesem dummen Fenster nicht raus, Mann. Das ist richtig behindert. So. Alles ewig lebt nur. Ähm. Ich würde auch gerne was ausprobieren. Okay. Das haben wir auf jeden Fall anders gemacht, auf dem. Ich weiß, wo du bist. Wo ist denn? Hä, warum stack ich hier, Mann? Äh, ich konnte hier nicht laufen. Was war das für ein Park? Alles klar. Da war nix. Ich bin am Gras hängen geblieben. Ah, sie geht so raus. Ja, 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 ja. Ich schwör auf alles, Mann. Nein, ich bin im Fenster. Ja, ich sag doch, man kann da nicht durchklettern, Mann. Ich frage mich jetzt, wo bist du gespawnt? Ich frage mich gerade, wo du bist. Ich frage mich, wo du bist. Ich weiß, wo du bist. Ja! Wo kam? Wo hatte ich gerade wieder Autoclaim hier, Mann? Ey, die Map, die sieht zwar geil aus, aber die ist so hart verpackt, Leute. Ich schwör auf alles. Ich glaube, einfach mit dem Movement geht die gar nicht, klar. Oh, wie du da oben sitzt, Mann. Ey, Mann, durch die Fenster durch, da musst du dich immer tippen. Ja, Mann. Das ist extrem ekelhaft. Okay. So, Spezialisten, Leute, wisst Bescheid. Es ist natürlich wie immer nicht erlaubt. Ich sehe dich nicht, Mann. Muss los. Erstmal spielen. Wo warst du denn, bitte? Ich hab krass. Lo, der sitzt am LKW oben. Alles klar. Lo, der Spot ist zu krank, Mann. Da muss ich auf ganzer Zeit los, Mann. Gar keine Zeit für das. Holy shit, ist der OP. Ah, ich weiß. Ey, auf die Range. Komm, jetzt hast du zwei Hits. Alles klar, fünf Hits. Ja, moin, ich hör zehnmal down. Ich muss los. Ich geh mit zwei Kugeln down, er schluckt fünf. So lächerlich, wo bist du denn jetzt hin? Hallo. Wo warst du da jetzt ernsthaft mit dem Eck irgendwo? Nee. Oh Gott. Hä, was hattest du für einen Laufweg? Ich weiß nicht. Ey, du Pussy. Ey, du Pussy. Ey, ich weiß nicht. Nein, ich weiß. Oh Gott, Mann. Jetzt hast du mich nice geholt. Nice. Oh, muss los. Oh, man kann ja so weit fliegen. Ich treffe gar nichts. Oh mein Gott. Holy shit. Ich bin noch komplett verwirrt mit dem ganzen Movement und allem. Da kann man nirgends mal wallbang. Anzeige ist so raus. Ich hab's mir gedacht, dass du da liegst. Okay, Ausgleich. Ey, 7 zu 7. Am Anfang saß ekelhaft aus, aber jetzt passt es wieder. Ich hab's mir gedacht, dass du den Spot schon wieder probierst. Nicht probierst. Ja, ja, ja. Hä? Ey, wo bist du, Mann? Hä? Ich hab dich grad gesehen. Ich veraim. Ich veraim. Oh mein Gott. Ich hab nicht einschaut. Ja. Du hast auch veraimt, Mann. Leute, ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr das findet, dass wir jetzt mal wieder so ein Battle machen. Oh, ne. Ich bin ein Stück Scheiße. Nein, wie kann man so hart veraimt? Ja! Du... Ja, ja. Ich kenn das, Mann. Oh Gott. Und wenn ihr in der Challenge und irgendwas cooles habt, was ihr machen sollt, schreibt es in die Kommentare. Yes, Mann. Jetzt werde ich nur mehr gespawken. Oh, Mann. Wenn man das Momentum mal auf seiner Seite hat, Leute. Ich weiß, was du jetzt machst. Ich wusste es. Oh Gott. Das war ein nice Peak von dir. Mann. Ist so. Das Auto geht auch nicht down. Nein, ich bin offen. Oh Gott. Was war das jetzt für ein Gunfight, Mann? Nein, Mann. Wie schnell bist du, Mann? Heilige Scheiße. Noch dazu bist du Todesweek und Peaks time. Ja, Moin. Anzeige ist raus. Das war jetzt echt zu krass. Alles. Safe. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie CSGO, wenn ich immer diesen einen Spotter abaimen muss. Hä? Wo bist du, Mann? Ich weiß auch nicht, wo du bist, hä? Ich glaube, ich habe eine Idee, wo du bist, aber... Nein, nicht schon wieder den Move. Der Move! Mann kommt aus diesen Drecksfenster nicht raus, Mann. Das ist so ekelhaft. Der hätte das einen Zentimeter höher machen müssen und alles wäre gut gewesen. Ja. Ja. Cool. Hä, wo bist du jetzt schon wieder? Was? Ich sehe dich nicht, Mann! Ah, Headshots sind so krank stark in dem Spiel oder bei der Waffe zumindest. Nein, der Spot ist zu kacke hier. Okay. Wo bist du hin? Wo bin ich hin? Wo bist du hin? Frage aller Fragen. Wo bin ich hin? Ich sehe ja nur Headcatches in der Nähe, Mann. Oh Gott, das ist ein Rungesweater schon wieder hier. Oh, ne, ich habe Angst. Nein! Was? Ey, Mann. Ich will. Lächelig. Du hast nur aus der Hüfte geschossen, Mann. Digga, what the fuck? Komm, wie viele Hits? Alles klar, Mann. Ich bin mir connected, alles und du gehst einfach nicht down. Hate my life, Mann. Ja, moin. Was ist los? Das fühlt so bad, Mann. Ich hätte sterben, aber es wäre so lächerlich. Oh Gott. Was du auch geschluckt hast. Nicht ich soll down gehen. Du sollst down gehen. Digga. Ey, Mann. Okay. Eine Minute 50 noch. Knappes Battle. Ich verämpfe. Ich sehe nichts. Dieses scheiß Fenster geht nicht kaputt. Oh ne, was machst du jetzt für einen Move? Nein, ich... Nein, 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 nein. Muss los. Boah. Holy shit. Ich bin safe. Nein, es war so klar, dass du hier sitzt. So ein dreckiger Spot. Oh Mann. Ich bin aber safe down. Oder? Ne. So Glück, Mann. Okay. Ich weiß nicht, wo du schon wieder sitzt. Wahrscheinlich noch immer hinten. Nein, ich doch nicht. Ne, hier. Da siehst du schon wieder unten drinnen. Dieser feige Bastard. Hast du mich gesehen? Ne, ich hab's schon angezeigt bekommen. Okay. Hä, wo bist du? Ich weiß, wo du bist. Nein. Ruf mein Feld. Was? Wie du gepreferd hast? Alles klar. Guck dich das an, heute schwer auf gepreferd. Moin. Okay. Ich glaube, ich muss das auch mal probieren, mit aus der Hüfte schießt. Ich wurde gerade abgelenkt. Handzeige ist raus. Ja moin. Nice Wallbang. Ich wusste gar nicht, dass man durch diesen Scheiß Baum durchschießen kann. Was ist denn los? Hey, du bist da. Ey. Oh. Digga. Was? Digga. Leute, das finde ich so lächerlich. Ich habe drei Hitmarker des Grauens bekommen, Mann. Handzeige ist raus. Okay. 13 zu 13. Finale Kill kommt jetzt, Leute. Oh Gott. Was? Wo? Nein. Wir haben beide einen Hit bekommen. Nein, nein, nein. Ja. Yes. Oh mein Gott. 8 Sekunden noch. Ich glaube, das war es. 5. Gott, du wärst sogar hier, Mann. Ja. Aber wo? Ah. Ah. Yes, Mann. Okay, wir haben wieder ein Battle gewonnen. War echt nice, Leute. Hat Bock gemacht. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Like da. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Bis dahin. Und haut rein. Und ciao. Ciao. Ciao.